Ich sage, mein Satz ist so im Leben, Leben lieben und Liebe leben. Und das heißt für mich einfach die Wunder der Schöpfung, das zu sehen. Und wenn du Liebe schenkst, kriegst du die Liebe zurück. Das ist eigentlich das Um und Auf für mich. Wenn mich irgendwas interessiert, dann interessiert es mich und dann mache ich es gescheit, sage ich. Dann mache ich es echt gescheit, dann will ich es wissen. Und wenn ich es dann weiß, dann ist es okay. Dann interessiert mich vielleicht wieder was anderes. Herzlich willkommen zum Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst. Und ich bin Michael Ettlinger. Mahatma Gandhi soll einmal gesagt haben, Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, vielmehr aus unbeugsamen Willen. Ein starker Wille, ein starker innerer Antrieb ist es also, der uns wirklich stark macht. Das merken wir immer wieder, wenn uns eine Sache, ein Anliegen, ein Ziel besonders wichtig ist und wir uns mit vollem Eifer darauf stürzen, es zu erreichen. Und manchmal schießen wir dabei auch über das Ziel hinaus. Wir stellen unseren unbeugsamen Willen, wie Gandhi ihn nannte, über alles. Dabei kann es schon mal passieren, dass die freiweinende Stärke uns selbst oder anderen schadet. Das gute Mittel scheint wieder einmal gefragt zu sein. Die gute Balance aus der schöpferischen Kraft des Willens und der Rücksichtnahme auf andere Interessen, eigenen und Fremden. Einer, dem das gut gelingt, soweit wir ihn kennenlernen durften, ist heute bei uns zu Gast. Die Neugierde ist seine große Antriebswieder. Mit ihm wollen wir heute über verrückte Projekte, mutige Entscheidungen und seine Quelle für die innere Kraft sprechen. Lieber Christian Gierlinger, wir freuen uns sehr, dich heute hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen. Grüß Gott, alle miteinander. Passen IT und Spiritualität zusammen? Kann man eine Leitungsposition besetzen und trotzdem ein spiritueller Mensch sein? Wie passen christliche Werte in eine Führungskultur? Und wie kommt man auf die Idee, sein Haus nach ökologischen Standards zu bauen, wenn die Zeit noch nicht reif dafür ist? Diese Fragen haben sich uns gestellt, als wir Christian Gierlinger um die heutige Aufnahme gebeten haben. Dr. Christian Gierlinger ist Informatiker. Obwohl er zu Beginn seines Studiums mit diesem Begriff gar nichts anfangen konnte, hat er für die Informatik Feuer gefangen und sie hat ihn sein gesamtes bisheriges Berufsleben begleitet. Heute verantwortet er als Mitglied der Geschäftsleitung der Bereich Innovation und Digitalisierung bei den Elisabethinen Linz-Wien. Christian Gierlinger ist in Eigen im Mühlkreis im oberen Mühlviertel aufgewachsen und lebt mit seiner Frau in Gallneukirchen. Von der Terrasse seines Büros in Linz sieht er fast bis zu seinem Heimatort und hat einen wundervollen Blick auf unsere Klosterkirche. Nicht nur dieser Anblick, sondern auch seine christlichen Wurzeln bedeuten ihm viel und geben ihm Kraft. Das spürt man. Liebe Christian, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ja, lieber Christian, die Schwester Helena hat es schon erwähnt jetzt in deiner Vorstellung. Du hast uns erzählt, dass du vor ungefähr 30 Jahren ein Haus nach hohen ökologischen und nachhaltigen Standards gebaut hast. Unter anderem mit Lehmmörtel, den du verwendet hast und wo das Wort damals, wahrscheinlich nicht so üblich, eher ein Novum. Und du wurdest dabei auch oder dafür von deinen Bauarbeitern durchaus belächelt, hast du uns erzählt. Heute ist das mehr oder weniger üblich, das macht fast jeder. Aber zu deiner Zeit, was du deiner Zeit, könnte man sagen, voraus. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du dich damit beschäftigt hast und warum war dir das wichtig? Meine Frau und ich haben ein Grundstück gesucht im Umkreis von Linz und haben in Galnerkirchen eines gefunden und dann haben wir ganz wie jeder andere einfach einen Plan gebaut und versucht, Haus zu bauen mit den vorhandenen Mitteln, die man gehabt hat. Beton, BU-Schaum, Eisen, Betondecke mit viel Styropor außen zu dämmen. Und wir haben den Baubahn fertig gehabt. Ja. Und ich war dann, kann mich noch erinnern, auf der Welser Messe, auf der Baumesse und habe versucht, da Hersteller zu finden, die das machen können. Und habe dort den Hermeingast getroffen, das war so damals vor 30, der Pionier im Bereich Lehmbau. Und der hat mich verwiesen auf ein Seminar in Weimviertel, das hat geheißen, Bauen mit der Sonne. Ich bin dann am Wochenende, kann mich noch gut erinnern, in dieses Freitag, Samstagabend in dieses Seminar gefahren, habe dort so einen Papierordner bekommen, also keinen Plastikordner mehr, sondern wirklich Papierordner schon. Und da waren, glaube ich, 500 Seiten drinnen über Bauen mit der Sonne. Und ich habe das dann, kann mich noch wieder gut erinnern, am Sonntag in der Nacht studiert und habe dann viel zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, wir werden so nicht bauen, weil wir wollen uns ein gesundes Haus bauen. Wir sind die meiste Zeit dort, also die meiste der Lebenszeit, zumindest schlafen, die Hälfte der Lebenszeit, weil wir dort schlafen und dann mit den Kindern wohnen. Wir wollen uns ein gesundes Haus bauen. Und von dort aus habe ich für das gebrannt und habe dann einfach versucht, also alles, was möglich ist, was damals ökologisch nicht sinnvoll war. Und das gilt auch heute nur einfach nicht zu bauen. Also ich habe keinen Stall verwendet, ich habe all die Streifenfundamente gebaut, das zu diesem Zeitpunkt kaum mehr ein Baumeister gekontert hat, weil die haben einfach eine Platte, Betonplatte mit Eisen dort angefangen und wir haben Streifenfundamente gebaut. Ich habe keinen BU-Schaum verwendet, ich habe die Fenster selber mit Schafwohle ausgestupft, ich habe nur die Fenster selber gestrichen mit keinem Lack, sondern mit ganz gesundem Form, was es damals gegeben hat. Ich habe außen nicht mit Styropor gedämmt, sondern mit Kork von Portugal, den ich mir selber irgendwo besorgt habe. Und innen haben wir mit Lehm geputzt und da habe ich einen Vorweiter gekauft von der Straubach, der war ein türkischer Staatsangehöriger und der hat gesagt, Christian, das verstehe ich nicht, du arbeitest mit Dreck. Weil das war es. Und der Grundzug war, wir möchten uns ein gesundes Haus bauen, wenn wir dort leben, dass wir nicht mit irgendwelchen Schadstoffen belastet werden. Das haben wir dann durchgezogen sozusagen bis zum Schluss. Und du lebst nach wie vor in dem Haus? Ich lebe 30 Jahre jetzt, fast 30 Jahre in dem Haus. Ich habe damals auch mit Pellets geheizt, also das hat auch niemand verstanden, weil das Gas war von meiner Tür. Also da wurde ich stark beworben, dass ich das machen soll. Ich war dort auch eine belonierende Pelletsheizung, die wir da gemacht haben. Und das war auch eine Sensation, dass man einfach mit so kleinen Würsteln, das sind die Pellets, dass man da ein ganzes Haus beheizen kann. Es geht im Wesentlichen so wie eine Ölheizung, die ich kenne von meinen Eltern auch. 30 Jahre dort, Kinder sind schon groß und jetzt sind meine Frau nicht dort. Und haben auch einen Naturdicht. Das muss ich auch ganz wichtig. Und was dann noch geändert hat in unserem Bauplan, ich bin dann nach Hause nach dem Seminar und habe gesagt, wir müssen bauen mit der Sonne. Wir brauchen den Zweigeschossigen Wintergarten, der schlussendlich das ganze Haus heizen kann. Das haben wir dann auch realisiert und seitdem wohnen wir da drinnen. Und es lebt sich gut dort? Es lebt sich sehr gut. Also ich kann nur vom Leben sagen, das Schlafzimmer ist vielseitig ausgerichtet. Ich habe dementsprechend mit mathematischen Funktionen gerechnet, wie viel Dachvorsprung ich brauche, dass da im Sommer keine Stallung kommt in dieses Haus. Ich schlafzimmer und das haltet die komplette Temperatur immer konstant. Steuhe da abnimmt, Wärme aufstrahlt ab und Feuchtigkeit. Also das ist perfekt. Der Lärm reguliert das ganze Klima im Haus. Beeindruckend, ja. Unterstützt natürlich mit Wandheizung. Das ist Niedertemperatur. Das ist sehr cool. Du hast jetzt gesagt, du hast da selber isoliert und gemalt und bist handwerklich voll dabei gewesen. Arbeitest aber jetzt in der IT. Hattest du mal Interesse an einem handwerklichen Beruf? Oder wie ist das so gekommen? Also da habe ich eigentlich nie Interesse gehabt an einem handwerklichen Beruf. Aber durch meine Kindheit im Mühlviertel, sage ich, ich war seit zwölf Jahren immer in der Arbeit. Meine Eltern sind von einem Bauhof, Bauernhof. Da hat mein Vater und meine Mutter am Wochenende und Freitag öfter geholfen und da haben wir Kinder mitmüssen. Ich habe eigentlich sehr viel gesehen, wie man das baut. Ich habe bei meiner Schwester, die hat auch vor mir Haus gebaut. Da war er auch ein kleiner Bursch, sage ich einmal. Da habe ich mithelfen müssen und war dabei und habe das eigentlich alles gesehen. Und das hat mich auch immer interessiert, was er mit Holz da kann. Also wir haben auch Holzdecken im Haus, was er mit Holz da kann, was er mit den Baustufen da kann. Das hat mich interessiert. Er als Hobby, aber ich wollte das nie als Beruf machen, weil ich habe mir da die Hörner abgeschlagen, sage ich, den Ferialjob habe ich öfter Kohlengeschaut, Kohleneingefüllte in Säcke oder bei der Hauptschule, bei der Hauptschule, Sanierung hineing, habe mir geholfen, bei den Fenstern ausmalen und innen ausmalen und da Sachen. Also habe ich immer angepackt müssen, aber gedacht, das ist nicht das, was ich machen möchte. Aber es war ein wichtiger Teil für mein Leben, was ich dort gelernt habe. Also du bist nicht ins Handwerk gegangen, sondern du hast Gymnasium gemacht, glaube ich, und bist dann irgendwie in die IT-Richtung gekommen, mehr durch Zufall. Wie war denn das? Ja, das ist mir wirklich zugefallen. Ich muss sagen, ich habe eine musisch-pädagogische Ausbildung gehabt in einem musisch-pädagogischen Allgymnasium, weil vielleicht irgendjemandem geglaubt habe, ich kann gut musizieren oder singen. Ich bin etwas gelernt. Und habe dann nach der Matur eigentlich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe dann das Bundesjahr eingeschoben, habe nach dem Bundesjahr auch nicht genau gewusst, was ich machen soll. Und habe mir gedacht, vielleicht wäre interessant für mich so Tierarzt. Dann bin ich nach Wien gefahren, haben mir das angeschaut auf der Universität. Da haben wir eigentlich alle abgeraten, die ganze ÖHA, weil wenn der Vater keine Ordination hat und in Wien studieren und es gibt eh keine Plätze und so weiter. Dann hätte er auf Humanmedizin umgeschwenkt und habe mir gedacht, schau mal das an. Da war es genau das Gleiche. Nur viel, viel Ärger wie in der Welt trainieren Medizin. Keine Plätze und so weiter. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe zu meinem Vater gesagt, das wird nichts. Und dann waren die Zeitungen und ich hatte es geheißen EDV. Man muss EDV machen, EDV studieren, weil das ist der Beruf der Zukunft. Und ich habe nicht gewusst, was EDV ist. Und dann habe ich mit dem Vater gesagt, schau das einmal an und schau einmal auf der Uni, was das ist. Dann habe ich inskribiert auf die Johannes-Kepler-Universität in Linz und habe studiert, habe aber bis Weihnachten eigentlich nicht gewusst, was das EDV heißt. Das muss man sich so vorstellen. Die Computer waren damals in dieser Zeit versteckt. Das waren nur Großrechner. Die waren irgendwo hinten fest eingesperrt und man hat damals noch mit Lochkarten, das werden die wenigsten noch kennen, wo einfach Karten waren, wo man drauf programmiert hat mit einer so Art Schreibmaschine und die hat mir dann den Großrechner übergeben. Der hat dann irgendwas geschaut, ob er das Programm rechnen kann und dann hat er es wieder zurückgegeben. Ja, und hat das Erfolg oder nicht Erfolg gemeldet. Und dann haben wir Klausur, keine Buchhaltung. Das war im ersten Semester vierstündige Buchhaltungsklausur. Da habe ich dann super, habe ich mich ausgekennt, habe ich einen Zweier bekommen. Ja, hat aber auch nichts geholfen. Ich habe meine IT nicht ausgekannt. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, das wird auch nichts. Also ich weiß bis jetzt nicht vor Weihnachten, was das eigentlich ist. Ich muss aufhören. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, wir hören erst auf. So hat er gesagt, wenn es nicht mehr geht. Und dann habe ich zu Weihnachten so einen kleinen Sinkler bekommen. Zertig 81. Den hat man am Fernseher angesteckt. Und da hat man ein bisschen besser programmieren können. Also das muss man sich vorstellen, 16K. Also kein Speicherplatz, nichts. Und das habe ich dann geschafft, als ich am 25. Dezember nach Weihnachten habe ich dann so programmieren können, dass er dann geschrieben hat, Hello Christian. Am Fernseher. Am Fernseher hat er ganz groß, Hello Christian. Und dann habe ich die Schrift noch ein bisschen umgeändert, dass es nur ein bisschen größer wird. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, was die IT ist. Und ab diesem Zeitpunkt hat mir meine Neugierde gepackt. Und ich habe dann wissen müssen, was das ist. Ja, und man kann in die IT einsteigen, einsteigen, einsteigen. Reinhard Messner hat einmal gesagt, die alle 8000, die bestiegen hat, du wirst nicht ganz oben sein. Und in der IT kann man so umgekehrt sagen, du wirst nicht ganz unten sein, weil es so komplex ist. So bin ich zur IT gekommen. Und diese Neugierde, die dich da dann weiter in der IT gelassen hat quasi, das ist ja was ganz Essentielles für dich. Also die Neugierde, die dich immer wieder antreibt, ja was Neues auszuprobieren, neue Dinge zu entdecken. Was waren das so markante Punkte in deinem Leben, wo dich die Neugierde hingeführt hat? Also ich sage es einmal, weil im IT-Bereich war es immer so, die Neugierde war, dass man dort Menschen begleiten kann mit der IT. Begleiten kann, indem man für sich Arbeitsabläufe, dass man das Leben mit IT, mit der Technik dort einfacher macht. Das war der erste Grund der Neugierde. Das heißt, wo kann man diese Applikationen, die wir betrieben haben, die Anwendungen so gestalten und so hinführen zu den Anwendern, dass sie zufrieden sind. Das heißt, einerseits die Anwender abholen dort, wo sie stehen im Prozess. Und wie kann man sie unterstützen, dass diese Prozesse einfacher werden oder smarter werden. Und das geht aber meistens nicht nur einem Anwender, sondern es ist eine Gruppe, eine Abteilung. Und da muss die Abteilung, der eine muss ein bisschen mehr machen, der eine kann ein bisschen wieder was hergeben, dass der gesamte Prozess dann das Zusammenarbeiten dort dementsprechend gut funktioniert. Das war so in der IT. Das Zweite bei diesem Begleiten, bei diesen Menschen ist man immer darauf angekommen, das funktioniert nur, wenn man dort auf Augenhöhe redet, wenn man die abholen kann, wenn man in diese Aura einsteigen kann für die Leute. Und da kommen wir jetzt zur Spiritualität, wenn man sie mag und wenn man sie gut mit ihnen verstehen und sprechen kann. Und diese zwei Sachen, also diese natürlich mit der Technik, was gibt es Neues, wie kann man das unterstützen, das ist ja unendlich fast in der IT. Es kommt ja fast jedes dritte Monat irgendwas Neues. Und das dann so zu selektieren, dass man das dann entsprechend in die Betriebe und wo halt dann war, wo halt angestellt war, dass man die entsprechend für die Mitarbeiter dementsprechend zur Verfügung stehen kann. Du hast jetzt selber die Spiritualität angesprochen. Ich erlebe dich als spiritueller Menschen. Ich finde, das spürt man, wenn man dir begegnet. Wie würdest du deine Spiritualität bezeichnen? Oder was ist dir wichtig? Oder was gibt dir Kraft? Ich sage, mein Satz ist es so im Leben, Leben lieben und Liebe leben. Und das heißt für mich einfach die Wunder der Schöpfung, das zu sehen. Also wenn wir immer, wenn ich nach der Sauna im Himmel schauen, es ist keine Wolken, also dieses Universum, diese Unendlichkeit zu bewundern, ist sehr, sehr schön. Das gibt mir Kraft. Ich weiß, dass ich da einen Teil habe, und zwar einen kleinen Teil, aber einen Teil habe. Das ist das Erste, was mir Kraft gibt. Und das Zweite ist das Zwischenmenschliche, das Leben. Dass man einfach versucht, wirklich die Liebe zu leben. Und das, glaube ich, kommt es im Leben an. Das gibt mir Kraft. Und wenn du Liebe schenkst, kriegst du die Liebe zurück. Und das ist eigentlich das Um und Auf für mich. Jetzt klingt das zumindest für mich manchmal so ein bisschen paradox, dass man auf der einen Seite so in der IT vertieft ist, wie du das bist. Wobei, du bist ja kein Hardcore-ITler, würde ich fast mal sagen. Also nicht ein Programmierer. Aber trotzdem doch sehr stark in der Technik. Und auf der anderen Seite dieser starke Bezug zum Menschen, dieser starke Bezug zur Beziehung zu Menschen, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, wie passt denn das zusammen? Aber ich hätte vorher bei dir herausgehört, das passt insofern zusammen, als du immer die Technik, die IT als Möglichkeit auch gesehen hast, den Menschen zu unterstützen. Ist das so oder habe ich das irgendwie falsch verstanden bei dir? Das stimmt aber zur Trennung. Ich bin ich. Und ich bin halt ein Teil IT, sage ich mal, und ein Teil Spiritualität. Und beide Sachen ist eigentlich eine Bereicherung für mein Leben. Und ich kann mich nicht irgendwo in der Mitte drinnen und sagen, das ist nur Spiritualität und das ist IT. Ich habe ja viele andere Sachen auch noch, die mich interessieren, nicht nur die IT, sage ich mal. Und das gehört einfach zu mir. Und entstanden, glaube ich, ist das einfach durch das Zusammenleben, das wichtig ist. Auch darf ich meditieren. Da kann man das immer so. Wenn ich selber bei mir bin, dann sehe ich auch die Welt anders. Du hast auch erzählt, dass du Exerzitien im Alltag machst. Magst du davon was erzählen? Ja, gerne. Das möchte ich jetzt gerne erzählen. Mir hat letztes Mal der Nachbar gefragt, was machst du da bei Exerzitien im Alltag? Und das ist ein Nachbar, der tut sehr gern basteln bei seinen Autos. Dann habe ich eine Zeit nachgedacht. Dann habe ich gesagt, schau, das ist so ähnlich wie du bei deinen Autos. Ich mache Exerzitien im Alltag, zangle bei meinem Leben ein bisschen herum und dann geht es wieder für ein Jahr. Und das Gleiche machst du bei einem Auto. Ich habe gesagt, du zanglst da ein wenig und du kriegst das Pickerl wieder und dann fährst du wieder ein Jahr. Und das ist, glaube ich, der Kern. Man schaut einfach in Reflexion auf sich selber. Wie verhält man sich in der Umwelt? Wie geht es einem? Viele, viele Punkte. Und wenn man dann in die Stille geht und wenn man das nützt, mit Impulse, dann kommt man auf so Sachen. Und dann kann man sich überlegen, will man das ändern oder will man das nicht ändern? Oder was hat man für Rucksäcke mit? Und das ist, glaube ich, so eine Seelenreinigung. Ich weiß nicht, wie sagen Sie das? Also wirklich so ein bisschen um einen Anzeigen und dann geht es wieder gut für euch. Also ich finde das Bild köstlich, weil es trifft so gut irgendwie wirklich. Also eben wie am Auto herum repariert wird und man seinem Leben auch ein bisschen herum reparieren oder neu ausrichten. Das finde ich echt super. Aber könnt ihr vielleicht noch ganz kurz erzählen, das wisst ihr besser als ihr wahrscheinlich. Was sind denn die Exerzitien im Alltag? Also was macht man da? Was passiert da? Wie läuft das ab? Die Elisabethinnen, der Orden, Elisabethinnen in Linz, macht für seine Mitarbeiter und auch nicht nur für Mitarbeiter, ich glaube auch, die wird eingeladen, also für Bekannte. Ist offen für alle, ja, genau. Ist offen für alle und da trifft, da kann man sich anmelden und dann trifft sich die Gruppe. Wir sind das ja, glaube ich, 20 ungefähr oder 20, 25, punkt zusammen gemischt. Einmal in der Woche, am Dienstagabend. Dann gibt es ein Buch dazu für jede Exerzitien und dann gibt es Impulse am Anfang. Dann schaut man zurück, was war die letzte Woche, kann man sich austauschen. Es war oft sehr interessant, wie man das macht. Ja, einfach mit Bewegung und wie geht es da noch vor oder zurück, ja. Und dann gibt es ein Zeit der Stille, da geht man dann in die Kapelle bei den Elisabethinnen und dann gibt es vielleicht auch einen Huls oder vielleicht keinen oder nur die Stille. Dann ist ja Zeit die Stille und dann ist das Ende. Und diese Kapelle ist für mich wirklich ein Kraftplatz, ja. Und dazwischen, also zwischen diesen Treffen, vertieft man das eigentlich dann daheim in der persönlichen stillen Zeit. Und was man in der Zeit auch erlebt oder teilen möchte, teilt man dann in der Gruppe bei den jeweiligen Treffen wieder. Also das ist auch so ein Aspekt. Also es hat auch damit zu tun, dass man eben daheim sich, wie du das auch machst, Zeit nimmt für die Stille. Und ich finde, du hast das so schön gesagt, was die Stille ist und wie wichtig das ist, um auf sich selbst und auf sein Leben und seine Umwelt zu schauen. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit, wo vieles gut läuft und da gut vernetzt ist, aber was manchmal fehlt, ist die Stille, habe ich das Gefühl. Ja, und da geht es ja schon ganz stark darum, auch zu sich selber zu finden sozusagen, die eigene Mitte vielleicht zu finden, wenn man so ausdrücken will. Und sich als ganzen Menschen auch wieder wahrzunehmen und zu spüren. Jetzt haben wir im Job ja doch oft das Thema, dass man nur mit einem Teil seiner selbst quasi im Job ankommt, weil man nur vielleicht ein, zwei Dinge, die man gut kann, nutzen kann. Und es gibt ja durchaus auch die Sicht, dass man irgendwo hingeht in eine Arbeit, vieles zu Hause lässt und dann nur den Job macht. Und wenn man fertig ist nach acht Stunden, dann holt man den Rest wieder hervor aus dem Kasten und ist zu Hause wieder der ganze Mensch. Das ist ja dann wahrscheinlich nicht das, was du anstrebst, auch bei dir im Job, oder? Ja, nein, ich war in meiner Vorzeit vor den Elisabethinen in unterschiedlichen Unternehmen, auch in unterschiedlichen Unternehmensformen, von sehr hierarchisch, von sehr lose etc. Und bin jetzt bei den Elisabethinen gelandet und ich sage, wenn sie mich zu Hause fragen, wie geht es da, sage ich, ich habe es aber gut erwischt bei den Elisabethinen, weil ich dort so sein kann, wie ich bin. Ja, und ich kann so sein, wie ich bin, ich kann Fehler machen, ja, ich kann tolle Sachen auf die Beine stellen, ja, ich kann neue Sachen machen, kann Elisabethinen sagen, prophetisch sein oder ich sage, innovativ zu sein, ja, was man machen kann. Und da kann alles das Ganze sein, ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für mich, weil da kann ich wirklich sehr, sehr wirksam werden, ja. Und das ist für mich, für den Arbeitgeber, ganz wichtig, also dort, ich habe einen Platz gefunden, wo ich mich echt als Gesamtheit einbringen kann, ja. Und das ist sehr, sehr schön, ja. Ich habe, nachdem wir das im Vorgespräch auch zum Thema gehabt haben, habe ich ein bisschen nachgeforscht und nachgelesen und bei Frederic Lallou habe ich zum Beispiel eine Aussage gefunden in dem Buch Reinventing Organizations, also der hat sich ganz stark mit agiler Organisation beschäftigt und dazu eben auch dieses Buch verfasst. Und er sagt eben, enorme Energie wird freigesetzt, wenn wir endlich unsere Maske fallen lassen und wagen, ganz wir selbst zu sein. Und damit beschreibt er, dass man als Mitarbeiter in einem Unternehmen auch viel mehr beitragen kann, viel mehr leisten kann, wenn man selber sein darf, also wenn man der ganze Mensch sein darf und nicht nur ein Teil. Ist das auch etwas, was du so erlebt hast in deiner Erfahrung? Ich glaube, das ist für meine Erfahrung und für meinen Job eine ganz wichtige Anforderung, dass ich dort Gesamtheit sein kann, als Gesamtes sein kann, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man nicht als gesamter Mensch da sein kann, dann schneidet man auch einen großen Teil seiner Kreativität weg, weil wenn ich mich ständig zurückhalten muss, kann ich auch nicht kreativ und innovativ, wie du schön sagst, sein, weil ich dann ständig beschäftigt bin, mich zu verstecken vielleicht, ja. Ja, und wenn ich das nicht nutzen kann, dann nutze ich es halt zu Hause, dann will ich halt Feuerwehroppmann oder Kirchenkurleiter oder sonst irgendwas, ja. Oder mit der Nachhaltigkeit irgendwo stark beschäftigen und gut organisieren, ja. Ist ja ewig auch schade für das Unternehmen, wenn wir uns das nicht zulassen, an solche Potenziale irgendwo links liegen lassen oder herschenken fast. Stimmt, ja. Was ist so deine Einschätzung? Du hast ja doch schon einige Unternehmen auch gesehen. Wird es bei den meisten dieses Potenzial ausgenutzt und den Mitarbeitern ermöglicht, da wirklich das ganze Mensch anzukommen? Oder sind wir da in den meisten Unternehmen, glaubst du, eher noch nicht so weit? Also bei den meisten Unternehmen glaube ich nicht. Aber was man jetzt in den letzten zwei Jahren sieht, dass da sehr viel in diese Richtung gearbeitet wird, ja. Employer-Branding, alle diese Wörter, dass man versucht, diese Mitarbeiter, die man ja nicht mehr bekommt, der Markt ist ziemlich leer gefischt, vor allem im Gesundheitsbereich, sag ich mal, und auch im IT-Bereich, ja. Dass man einfach mit allen Maßnahmen versucht, dieses Potenzial zu heben, ja. Und das, was auch organisatorische Änderungen vornimmt, vornehmen muss, ja. Das ist das eine, es gibt es ein Papier, aber die Umsetzung ist ja dann das Schwierige, ja. Dass man das dann wirklich umsetzt, ja. Gibt ja viele Konzepte, aber dass dann das unterneißt, das ist eigentlich eine Drehung von der Kultur im Unternehmen, ja. Und Kulturwandel geht halt nicht so schnell, von heute auf morgen. Dauert lang. Dauert lang, müssen viel mitmachen. Aber ich glaube, die junge Gesellschaft lässt sich das nicht mehr gefallen. Die sagen halt einfach, das tun wir nicht, so tun wir es nicht mehr. So machen wir nicht mehr mit, das tun wir nicht. Und wenn man die lukrieren will, generieren will, zu gewinnen wollen für die eigenen Drehungen, müssen wir uns das überlegen. Ich glaube auch, dass die Anforderungen an eine Arbeitsstelle sich total geändert haben in den letzten 30, 40 Jahren. Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen. Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich. Das glaube ich auch. Auch wenn es viele fordert und herausfordert, viele Unternehmen, viele Unternehmer, viele Manager. Aber gute und spannende Entwicklungen, ja. Wichtige Entwicklungen auch. Wichtige. Vor allem, wenn man mit jungen Menschen umgeht im Unternehmen, ja. Lass man die einfach mitlaufen als beibeut, oder entwickelt man die, also begleitet man die. Ja, da muss noch viel passieren. Und ich finde ja spannend, das, was du uns erzählt hast, dein innerer Antrieb, die Neugierde, die weckt man ja wahrscheinlich auch nur wirklich, wenn man ganz Mensch sein darf in einem Job. Weil, wenn ich die Hälfte von mir zu Hause lasse, dann wird die Neugierde vielleicht auch nicht, nicht wirklich geweckt werden. Aber die Neugierde, die ist bei mir fast im ganzen Leben so, ja. Wenn mich irgendwas interessiert, ja. Dann interessiert es mich und dann mache ich es gescheit, sage ich, weil. Dann mache ich es echt gescheit, dann will ich es wissen, ja. Und wenn ich es dann weiß, dann ist es okay. Dann interessiert mich vielleicht wieder was anderes. Also du vertiefst dich so richtig in Themen, die dich interessieren. Ja, genau. Wo ich dann vielleicht Zeit und Raum verliere, in deinem Zeitraum, ja. Aber wenn ich es dann weiß, dann ist es erledigt. Dann interessiert mich wieder was anderes. Das ist eigentlich eine tolle Methode, um viel Wissen anzuhäufen. Etwa für etwas zu brennen und sich über das zu informieren. Und dann auch gesättigt zu sein und dann was Neues zu finden. Aber gibt es was, was dich immer wieder und immer noch neugierig macht? Wo es gar nicht aufhört? Also IT ist sicher so ein Thema. Du wirst nie ganz unten sein, habe ich schon gesagt. Also du einfach, es ist ja kaum mehr möglich, dass man Schritt haltet. Also in meinem Alter kaum mehr möglich, dass man Schritt haltet mit den ganzen neuen Sachen. Und ich selber. Den machen wir auch immer wieder neugierig. Die Reise ins eigene Ich. Ja, genau. Ich glaube, da kommt man auch nie an, oder? Ja, genau. Also der Axel Kurtis, der hat aber die Schalldämpfer gemacht in der Eins. Ich weiß nicht, das wird sich nicht mehr geändert sein. Und der ist ja ein Krebserkrankter. Und beim letzten Schalldämpfer war es das Thema, was wird dich Gott einmal fragen, wenn du abtreten müsst? Und das hat er dann lang und lang abgehandelt, die anderthalb Seiten. Und zum Schluss hat er gesagt, er glaubt, dass er das Einzige, was dich Gott fragen wird, wenn du abtrest, warst du jemals Christian Gierlinger? Super Frage, ja. Genau. Das war also der Abschluss von seinem Schalldämpfer, von den ganzen neuen Sendungen. Und ich glaube, um das geht es. Und darum sage ich, ich mache mich selber immer. Das finde ich ganz ein schöner Gedanke. Also eigentlich das Ziel, sich selber immer mehr zu kennen und immer mehr sich selber zu sein. Und zu lieben. Und zu lieben. Das passt eigentlich wunderbar eben zu unserem Podcast, der ja inspirieren soll. Und ich stelle auch dir die Frage, die wir jedem Gast stellen, was inspiriert dein Leben? Das ist eine spannende Frage. Aber ich sage global, mein Leben inspiriert mich. Und das sind die kleinen Augenblicke in meinem Leben. Ganz kleine Augenblicke in meinem Leben. Das kann jetzt ein gutes Gespräch sein. Das kann eine Musik sein. Das kann ein Bild sein. Das kann Stille sein. Das kann eine schöne Landschaft sein. Das kann eine Wanderung sein. Ganz kleine Augenblicke, aber ich kann es nicht festmachen, wo das ist. Das kann beim Duschen sein. Das kann beim Ralffahren sein. Ich weiß es nicht. Aber das kommt, das kommt. Du musst es nur erkennen und sehen. Und dann nehmen. Aber ich kann es nicht festmachen. Das ist mein Augenblick in meinem Leben. Danke. Danke, lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, in unser improvisiertes Podcaststudio und uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in dein Leben. Danke dir. Danke. Alles Gute. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich danke fürs Dabeisein. Mehr zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast-at-die-elisabethinen.at. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Kaleidoskop leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf www.die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.